Hallo Hallo What do you speak? German What? German Spricht du German? Ja And where are you from? What? Where are you from? Woher kommst du? Ich aus Deutschland Ah ok, you are from German Ich Ok, komm ich bin auch from German Lass mal bisschen zocken zusammen Ok Boah Digga die ist ja voll geil Das ist die neue Pump Ich möchte sie dir schenken Weil Irgendwie mag ich dich Du bist voll sympathisch Komm ich schenke dir die neue Pump Komm her schnell 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 Du kannst sie haben Ja aber Das Problem ist Ich hab sie halt Ich hab sie halt Nicht nur einmal Ich hab sie halt Ich hab sie halt noch einmal Halt und deswegen möchte ich dir Eine Freude machen Weil du Ich weiß nicht Ich mag dich irgendwie Du bist voll der coole Elfjährige Alle anderen Elfjährigen Die beleidigen mich immer Wenn ich mit denen spiele Ok komm schnell Komm schnell Komm schnell Renn 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 Ja dann mach erstmal Eine Treppe Und dann suchen wir jetzt Jumpet Ich suche schonmal Jumpet Ey fuck ich ist ein Gegner Ey fuck fuck ich ist ein Gegner Was ich vergessen habe zu sagen Ich bin John Cena Ok ich bin doch Nein Hast du eventuell Lust auf ein Game nochmal Okay hast du eventuell Lust mich zu adden nochmal Ok dann mach eventuell jetzt Ich hab schon gemacht Ok dann Wie machen wir das Ich lade nicht ein oder kommst du von selber rein Ich komme selbst rein Ok bis gleich Bis gleich Wir sehen uns sowieso gleich Ja Hallo Bist du Standardskill? Nein Weil du siehst genauso aus wie Standardskill Weißt du, was passiert ist? Ja So eine Schlange, die ist in mein Zimmer gekommen Und die hat mein Bein abgegessen Du glaubst mir bestimmt nicht, aber eins muss ich dir noch vorher sagen Mein Vater ist ein Schlangenmensch Okay Ich habe eine Frage, bist du röter? Warum fragst du mich das? Ich frage einfach Nein, Digga, sag mir jetzt den Grund, warum du mich das jetzt so... Warum, warum du diese Frage jetzt fragst? Junge, sag mir jetzt sofort den Grund Hä? Nein, wenn du jetzt von dieser einen Mafia bist, ne? Dann kannst du mir sagen Nein Ich weiß, dass ihr hinter mir her seid Und ich weiß, dass ihr mich töten wollt Aber mich werdet ihr niemals kriegen Okay, aber zu deiner Frage Was war nochmal deine Frage? Bist du Deutscher? Ich glaube, du bist ein Spion Ich sag dir nicht Ich sag dir nicht Such eine andere Frage sofort Sofort! Andere Frage! Bist du von KSG? Ich werde deinen Account bannen Wenn du von dem bist Mein Vater arbeitet nicht nur als Schlangenmensch Er ist auch Epic Games Mitarbeiter Soll ich deinen Account bannen oder nicht? Oh Was? Nein Okay, Spaß Komm mal her Ich will dir eine Waffe geben Aber du musst aber vorher diesen Trick machen Den ich dir gesagt habe Du musst nach ganz oben bauen Nach ganz, ganz, ganz oben Und dann musst du wieder Nach ganz, ganz, ganz unten bauen Hallo? Ey, da war ein Gegner Der hat auf Dings geschossen Scheiße Hol dich schnell Ich habe ihn Komm, komm, schnell Komm, schnell Komm hierher Komm hierher Schnell, schnell, schnell Schneller Komm, komm Komm hier rein Komm hier rein Okay? Schnell, komm Seine Teammates sind auch da hinten Ich sehe die Ich schieße schnell auf die Schnell, komm, 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 komm Komm, komm, komm Komm hierher Komm hierher Damit die uns nicht sehen Bevor ich dich wiederbelebe Musst du mir sagen Dass du deine Mutter liebst Sag, dass du deine Mutter liebst Schau, ich habe einen YouTube-Kanal Und ich habe dich ganz verarscht Ne, sorry Schau, das sind alles meine Abonnenten Schau, ich habe dich ganz verarscht Schau, ich habe dich ganz verarscht